Lass doch einfach diesen Mark 64 Halloween Hack spielen. Ihr wollt schon vor Ewigkeiten spielen und heute passt das ja, da wir zufälligerweise Halloween haben. Wer hätte es gedacht? Also das hier scheint die Hub World zu sein. So, kann ich da eigentlich in den Brunnen rein? This is a wishing well. Do you want to throw some coins? Ich brauche 35 Münzen, um da reinzukommen. Du gibst mir die ersten. Ich werfe ihn einfach rein. Aber er ist keine 35 Münzen wert. Klingt irgendwie gemeiner als es meins soll. So was steht hier? Fill the pool with your blood. Alles klar. Warte mal. Ach krass. Okay, hier kann ich wirklich rumlaufen und es passiert nichts. Ach, das ist Blut. Ich dachte, es wäre Lava. Oh mein Gott. Schon ein bisschen brutal das Spiel. Es fehlen nur noch 5 Münzen. Ja, da, 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 da. Okay, ich glaube, das sind wirklich die restlichen Münzen. Mal gucken, was wir erhalten in diesen Brunnen. Da kriegt jetzt Samara morgen aus The Ring raus. Oh, ich hatte so Schiss vor dem Film. Alter, das war glaube ich mein erster Horrorfilm überhaupt. Ah, okay, nice. Jetzt haben wir den Schlüssel erhalten für das Haus. Du bist so langsam. Damn. Was ist das für ein Level? Okay, ich habe so ein bisschen... Yo, voll der Jumpscare. Ich versuche mal... Scheiße. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich versuche mal nicht zu safe staten. Oh mein Gott, das wird mich jetzt so verwirren. Ey, zum Glück bin ich nicht drunk. Oh, Alter, ist das verwirrend. Oh, nein, nein. Als ob ich ausgerechnet da reinfalle, Alter. Immer ins Loch. Aber nicht in das Loch, was ich will. Hi, hi, hi. Okay, da war schlecht. Wow, wie langsam fliegt der zu mir? Yo. Das sieht ja so weird aus. Weil normalerweise fliegen die richtig... Ich bin so dumm, Alter. Was ist denn das? Ich habe generell irgendwie das Gefühl, dass ich so einen leichten Delay habe. Warte mal, theoretisch könnte ich doch auch den Überpro machen. Aber ihr habt gesehen, was ich vorhatte. Ich habe aber den Schlüssel noch, oder? Nein. Wieso hat er denn nicht gespeichert? Wie dumm ist das denn? Ja, dann gehen wir halt in das Level. Oh, die Musik ist geil. Und jetzt? Jetzt, 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 als ob so lange. Aber ich habe wirklich das Gefühl, mit dem Import lag, ich verstehe das nicht. Okay, jetzt. Komm schon. Ja, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Lass mich raten, das fällt jetzt runter. Ach, ich wusste es. Ich sage es sogar noch. Ich sage es sogar noch, das fällt bestimmt runter. Und dann bleibe ich einfach darauf stehen. Was ist denn mit mir? Der Controller ist schuld. Okay, jetzt passt auf. Ultrakrank jetzt. Nein, die Kamera hat sich gedreht. Diese Scheiß-Kamera hat sich gedreht. Ich habe doch nichts gemacht. Jetzt, 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 jetzt. Ja. Yes. Oh mein Gott, das hat funktioniert. La, la, la. La, 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 la. Das verdammte Senge, yeah. Ich springe endlich mal rüber. Oh. Oh nein. Oh nein. Ich war gut. Ich glaube, das war das Ende, Alter. Oh, wow, wow, wow. Wie habe ich das überlebt? Alter, ich will ja nicht sterben, Mann. Ich muss das Timing irgendwie rausbekommen. Du, du, du. Ja, jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Endlich habe ich diesen Scheiß-Stern. Also, ich habe 15 Münzen. Ich sammle noch schnell die restlichen. Und dann gehen wir noch mal in diese Menschen rein. Zack. Okay, ich glaube, ich habe genug von diesem Spielspaß. Zack. Zack. Okay, diesmal werden wir es schaffen. So, hier haben wir das letzte Mal verkackt. Yo, habt ihr das gesehen? Mario war einfach Paper Mario. Die Sache ist, dieses Level ist hart, ja? Und das ist ein Problem, weil ich mag nicht harte Sachen. Also, beziehungsweise, ich mag es nicht, wenn es... Ach, das klingt auch falsch. Ich mag es nicht, wenn Dinge... Das klingt auch falsch. Scheiße. Ich mag es nicht, wenn Sachen anstrengend sind. So. Ey, das habe ich doch nicht falsch abgeschätzt, Alter. Ich habe doch mit einem Winkel berechnet, dass ich da einspringen muss. Oh mein Gott, so weit waren wir noch nie. Oh mein Gott, ich habe so Angst, ne? Ich habe so Angst, hier irgendwo runterzufallen. Oh mein Gott, da hältst du dich auf einmal fest, oder was? Warte mal, ist das direkt unter mir? Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, ich bin drüben. Kann es bitte aufhören? Oh mein Gott, es geht hier weiter. Scheiße, ich habe so Schiss. Ey, wie... Wie lange geht das? Nein, bitte Bücher, tut mir nichts. Tut mir nichts. Alter, das hat mir gerade richtig Angst. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Scheiße, Digga, das ist ja so anstrengend. Oh mein Gott, Alter. Ist hier mal langsam der Stern? Oh mein Gott, ich muss da... Alter, soll ich save-staten? Ich save-state nicht. Oh nein. So etwas. Oh, und dann auch noch Boost. Oh, wenn ich jetzt sterbe, muss ich alles von vorne machen. Wirklich alles. Aber ich habe es geschafft. Ohne save-state. Oh mein Gott. Stress pur. Das hat mir gerade richtig Angst angejagt. Der Heck hat acht Sterne. Und wir haben zwei. Das ist eigentlich gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Stern gibt, der super schwer zu finden ist. Okay, ich brauche sechs Sterne, um da reinzukommen. I'm sleeping in my nest. Ach, das ist die Eule, oder? Yo, was? Was ist passiert? Warum stürzt der Emulator ab, wenn ich das mache? What the fuck? Einfach zu wild, dieser Baum. Ich habe eine Idee. Ich probiere es mal kurz aus. Komm mal kurz jetzt mit dem Grabstein. Ah, als ob das funktioniert. Interessant. So besiege ich die. Dann geht hoffentlich die, äh... Dann geht hoffentlich das Tor auf. Ich kann wieder in ein creepy Level. Ja, es geht auf. Oh mein Gott. Yo, wie cool ist das denn? Das ist ja ultra geil. Das erinnert mich an Donkey Kong. Kann ich irgendwie schneller werden? Ah, sieht nicht so aus. Ah, okay. Scheiße. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Aber es geht noch weiter. Okay, aber jetzt habe ich so ein bisschen den Dreh raus. Oder auch nicht. Äh! Oh, Digga. Das gefällt mir, Marius. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und da ist auch schon der Stern. Crazy. Das war ein richtig geiles Alter, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Das wäre schon Monkers. Lass mich raten. Ich muss hier irgendwie ein Gelava befördern. Ach, das ist schon auf. Okay, wir haben es geschafft. Ein Slide. Uh. Ich bin ein bisschen schnell, kann das sein? Ach, hier sind rote Münzen. Okay, so sollte ich, glaube ich, nicht rutschen. Ey, wie auch immer ich das überlebt habe, ist da crazy aus. Yo, das ist unfair. Habt ihr das gesehen? Mal gucken, ob man das Level auch so schaffen kann. Nö, ich will jetzt da hin. Okay, das war wirklich dumm. Jetzt rutschen wir aber nochmal. Gleich muss ich springen. Hier muss ich springen. Easy Money. Den hole ich mir noch. Kein Problem. Kein Problem für Marius. Einer fehlt noch. Der wird wahrscheinlich am Ende auf uns warten. Ja, da ist doch die letzte Münze. Da habe ich dich doch gesehen. Wir haben jetzt vier Sterne. Und es fehlen noch zwei. Stimmt, hier waren wir noch nicht. Ist hier auch ein Level? Ein Schalter. Der führt uns wohin? Nö, der hat jetzt einfach irgendwas ausgelöst. Da ist doch bestimmt auch irgendwas, oder? Bei der Uhr. Oh, ich habe da was gesehen, Leute. Ich habe da was gesehen. Dafür war der Schalter, glaube ich, gut. Ich glaube, dieser Schalter hat dafür gesorgt, dass jetzt hier diese Plattformen sind. Okay. Ist hier ein Level? Okay, wir haben das Level. So, jetzt bin ich gespannt. Yo, das ist wirklich so ein Tick-Tack-Trauma-Level. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, richtig hart. Direkt gestorben einfach. Richtig ekelhaft, dieses Level, jetzt schon. Was? Hä? Warte mal, wie soll das denn gehen? Das geht ja nicht. Also das ist ja... Ja, doch, doch. Das könnte klappen. Aber das ist ultra schwer. Okay, hier kann ich einfach stehen. Nice. This is hard. Da unten ist der Anfang. Das heißt, ich muss auf jeden Fall da lang. Die Kamera hat wieder nicht mitgespielt. Läuft okay. Ich würde nicht sagen, es läuft richtig geil. Aber es läuft okay. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe da hoch oder ich gehe da rein. Da oben geht es weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zwei Sterne gibt. Ich komme hier nicht rein. Das Spiel will mich einfach leiden sehen. Ich weiß das doch. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ach, da muss ich. Oh Gott. Ich bin einfach durch die Wand geglitscht. Also ich werde es diesmal anders machen. Und zwar springe ich von hier dahin. Das ist, glaube ich, besser. Ja, definitiv. Also ich kann das viel besser koordinieren. Okay. Okay. Ähm. Ja, wir haben den Stern. Nice. Mir fehlt noch ein Stern. Dann kann ich endlich in dieses Hauptgebäude rein. Aber wie komme ich da hin? Ich weiß echt nicht. Also ich gucke mal kurz in einem YouTube-Video rein, wo ich hin muss. Ich muss gegen diesen Baum treten. Und dadurch kommt diese Eule raus. Aber mein Game stürzt immer ab, wenn ich das mache. Zack. Spiel abgestürzt. Ich spiele jetzt auf einem anderen Emulator, Leute. Yo, ich habe keinen Delay mehr. Es funktioniert. Es lag wirklich ein Emulator. What the fuck. Und jetzt einfach hier reinspringen. Nice. Yo, was ist das für ein gruseliges Level? What the fuck? Warte mal, die Musik kenne ich. Das ist, glaube ich, aus Mario Party, oder? Aua. Ach, da oben kann man auch hin. Als ob ich mich da durchgeglitscht habe. Lol, guckt euch das an. Ich bin einfach in dem Kessel. Das ist echt ein stressiges Level. Aber jedes Level, also jedes Level war aber sehr stressig. Also wirklich, dieses Level mag ich überhaupt nicht. Die anderen Level waren geil, aber dieses Level ist, hasse ich jetzt schon. Hallo? Na, mach doch. Yo. Wo bin ich? Ich sehe ja nichts. Oh, dieses Level stresst mich irgendwie. Yo, das ist ja komplett übertrieben, was hier passiert. Wer soll das überleben? Also, es ist schon schlimm genug, dass das nur ein paar Objekte sind. Okay, da ist der Stern. Jetzt habe ich den Stern. Mann, endlich haben wir die Möglichkeit, in diese scheiß Villa reinzugehen. Ich glaube, da ist das Final Level. Oh, das gefällt mir. Komm schon. Oh mein Gott. Das ist auch cool. So viel dazu. Spring da doch ran. Hier rauf, Mario. Genau so. Jetzt haben wir es gelernt. Weiter geht's. Yo. Was muss ich hier machen? Als ob. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich das noch gesehen. Oh mein Gott. Das ist. Oh mein Gott. Also, wie lang geht. Oh, yo. Genau. Hier fehlen einfach die Treppen. Hier fehlen einfach nur die Treppen. Wir haben es geschafft. Aber es fehlt eigentlich noch ein Stern. Oh, warte mal. Ist da ein. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Yo. Da, wo die Kühe sein sollten, ist jetzt ein Raumschiff. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Was ist das? Wo bin ich hier? Yo. Hier nochmal acht rote Münzen sammeln. I guess. Oh, ich kann fliegen. Ich darf fliegen. Aber wo fliege ich hin? Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss aber ehrlich gestehen, das Level sieht jetzt nicht mega schwer aus. Warte mal. Jetzt bin ich ganz oben. Aber was nun? Muss ich auf einer der Säule? Oder muss ich da hinten hin? Der Stern ist einfach hinter der Wolke da. Ah, ich verstehe. Und hier ist auch die rote Münze. Yo. Du siehst auch böse aus. Machen wir Kanone auf. Machen wir Kanone auf. Okay. Wir fliegen jetzt auf jede Säule. Das sind wahrscheinlich die letzten roten Münzen, I guess. Das Level ist irgendwie zu chillig für das letzte Level. Aber vielleicht ist es ja lediglich so ein Extrastern. Warte mal. War es das? Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Ich glaube, das war der letzte Stern, Freunde. Okay, also für das letzte Level mega chillig. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Und ja, das war ein guter Hack. Definitiv. Also es hat wirklich Bock gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute. Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute.